Apropos, da treffen sich zwei Freunde nach langer Zeit. Der eine verheiratet mit einem riesen Bauch, der zweite Junggeselle, ganz schlank. Sagt er mit dem Bauch zum anderen, sag einmal, wie hast du das gemacht, dass du schlank geblieben bist? Sagt er, da weißt du eh, wer ist, man kommt heim, geht zum Eiskosten, schaut rein, tut sie nix, legt man sie ins Bett. So bist du so blöd geworden. Sagt er, da weißt du eh, wer ist, man kommt heim, legt sie ins Bett, tut sie nix, geht man zum Eiskosten. Der kleine Franz hat ein ganz betrobtes Thumb, sagt der Vater, was ist denn, das Bissen hat es gedruckt. Sagt, ja, Papi beim Fünfer gekriegt. Sagt, denn was? Sagt, denn Geografie. Sagt, er bist schon ganz deppert. Wieso denn? Sagt, ich weiß nicht, wo Afrika liegt. Sagt, was? Komm her, das werden wir da gleich heim, das kann doch nicht so weit sein, wir haben zwei Nägel im Betrieb, die gehen jeden Tag essen. Sagt, ich weiß nicht, wo Afrika liegt.